Mikro... Grüße Sie sich wohl. Folgendes. Was verkaufen Sie heute? Ja, was wir speziell verkaufen sind Teigwaren, haben wir heute speziell im Angebot. Drei Stück ist unsere Aktion und dann haben wir... Moment, Annelies! Teigwaren! Ab 15 Stück! Nein, 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 nicht 15 Stück. Drei Stück. Ab drei Stück gibt es einen verminderten Preis. Wenn drei Teigwaren kaufen... Kommt ihr gesagt Teigwaren zum Frühstück? Nein, 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 ich sagte drei Stück. Ja, Freustück. Drei, drei, drei Stück Aktion. Ab drei Stück haben wir Teigwaren Aktion. Haben Sie die Sonntölzli? Die Sonntölzli haben wir auch, jawohl. Haben Sie Klarsichtfolie? Ja, das haben wir auch, ja. Blasentee? Ja, das haben wir auch, wir haben alles. Haben Sie auch Präservative? Ja, das haben wir auch, ja. Annelies, meine Frau, sagt eben sicher ist sicher. Okay. Ah, okay. Alles klar, gut. Können Sie nochmal schnell wiederholen, was ich gesagt habe, was wir brauchen? Äh, ich weiss nicht was dir brauchen. Dann muss ich nochmal anfangen... Dann fingen Sie sichern... Zundhölz, die hätte! Ja, das haben wir, Zundhölz. Ja, klar, genau. Moment, 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 Moment. Am besten könnt ihr einfach bei uns vorbei schauen und suchen die Nährungs-Sachen. Excusé, wir haben alles, was ihr braucht. Ja, wir haben alles. Wir haben alles von Rüebli über Öpfle, über Zucker, über Honig, über... Zucker hätten wir ja schon, Zucker hätten wir schon! Ja, das weiss ich, aber nein, das ist nicht das, was ich euch versuche zu sagen. Ja, wir brauchen keinen Zucker. Wieso wollen sie mir Zucker verkaufen? Nein, ich will euch, nein, 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 ich will euch nicht Zucker verkaufen. Ich will euch nur sagen, ihr habt mich gefragt... Nein, ich will kein Zucker, wieso schon wieder Zucker? Nein, das ist ja... Ja, das... Ja, das... Nein! Dir, excusé, und so kommen wir nicht weiter... Ja, sonst kommen wir schnell vorbei. Ja, das wäre das Beste, hätte ich gesagt. Wir werden das Mikro. Aha, dann bin ich ja falsch. Ja, das war von Anfang an falsch. Aber Sie sind richtig, und zwar beim Radio. Bin ich. Hey. Herzlich willkommen beim Kellervon. Jetzt hat er ein bisschen schwitzig, aber das hat er gut gemacht. Ja. 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 Ja.